so monitor und willkommen zu einem neunten video hier auf diesem kanal ja schon lange nicht mehr gesehen jungs aber ja wir spielen heute eine runde graves top lane wird in letzter zeit öfter gespielt vor allem bei wippo der momentan übrigens rank 1 ist hat das ein bisschen gespielt und wir werden in richtung des stands schauen machen wir erstmal hier ein bisschen leiser also erstes item gehen wir direkt richtung des stands wo ist denn das hier das gibt uns ja jetzt arme und er ziemlich viel tank in es gut aed ein bisschen cooldown reduction und danach werden wir also beim zweiten item bin ich mir noch nicht sicher entweder wir gehen phantom lancer oder wir gehen die reality oder wir gehen black leaver oder gehen full life team mit bloodthirster oder viele gehen auf blades müssen wir schauen schauen einfach wie wie das game so läuft was wir brauchen und ja schauen wir erstmal dass man eine gute stabile landing phase haben all right mit grace max mir natürlich q und jetzt müssen wir erst mal schauen wie die jungler parten so mein jungler part von abbott nach top also könnte es sein dass die stoppen mit drei gecken kann deswegen übrigens hyping wegen koronavirus wahrscheinlich internet generell ist ein bisschen mit momentan am abend aber das liegt wahrscheinlich auch in den servern aber wir schauen einfach dass wir den laden mir in early game pushen lassen und die welt dann ungefähr hier halten so dass unsere elise den laden mir level 3 denken kann dann sollten wir eigentlich direkt ein free kill bekommen generell hat vladimir eine kleine range advantage in early game und wenn er sich hinterminden stellt dann können wir ihn nicht wirklich angreifen ich ping schon mal dass wir ihn ganken können jetzt müssen wir das kurz respektieren und poke damage bin auch mit konkurra übrigens jetzt können wir eigentlich für aktiven trade gehen glaube ich kann auch meine hp ein bisschen traden weil unsere elise topset ist aber wieder auf seine q aufpassen so ich pack mal ein ward rein damit er nicht checkt dass er gleich gegangt wird aber er ist halt noch full ap ne versuche ein bisschen rein zu traden jetzt es ist schwer aber es ist nicht nicht bad hp zu traden weil vladimir in der position ist wo er sehr leicht gegangt werden kann das war ein bisschen toll von mir ich glaub den können wir killen ok doch nicht schade haben aber sein flash bekommen und jetzt ist vladimir halt in einer nicht so guten position die wave ist ein bisschen gefreezt ähm und elise kommt noch mal ganken okay das schon einfach vor er hat pool glaube ich noch zur Verfügung ok perfekt wunderbar äh ich glaub nicht dass ich da hinmoven muss ich glaub die haben den vladimir würde jetzt auch gleich hier hin tipeen ah vielleicht hätte ich doch moven sollen ei 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 da hätte ich rotieren sollen jungs nooo ah jetzt aber auch schon ah jetzt auch schon zu spät damn da muss ich moven das ist my bet ich dachte ich war mir ziemlich sicher dass mein team da das 2 gegen 2 gewinnt aber mein knockdown ist ein bisschen am runter rennen oh nooo aber komischerweise tipeen vladimir nicht auf die lane aber gut wir halten den freeze einfach und äh ah jetzt können wir eigentlich schon anfangen einen slow push zu machen und reset also damit wir gleich ein reset holen können ja ich glaube ich fange ich fange mal an die wave zu pushen und versuche dann mit der nächsten wave die hier kommt ein reset zu holen oh gott oh no ok ähm hm das ist nicht schlimm ok keinen minion haben wir noch bekommen gehen wir einfach oh ein bisschen basing das war das war wirklich top sein kann gut sein oder ich denke mal dass er auch dann kommen soll aber das ist echt das risiko dass ich hier gerade eingehe aber anscheinend ist ähm ja der rom lohnt sich nicht ich geh jetzt hier basen anscheinend ist war wirklich nicht topside so wir holen uns äh äh was holen wir uns hier das da würde ich einfach mal so callen und wir sind ja auf die lane tepealen holen einen refillable pot äh ja wow wir könnten theoretisch hier sein hartpushen an die wave grace waveclear natürlich komplett broken und jetzt könnten wir halt hier ein ward setzen oder wir gehen halt weiter in den jungle und setzen halt beim red buff oder bei den golems in ward pack einfach mein ward auf die golems und äh ja mein zimmer kann ich dir momentan nicht helfen ip habe ich ja benutzt auf die lane ist auch ziemlich hohen cooldown tatsächlich aber ja jetzt können wir eigentlich bladimir ziemlich easy von der wavezone sogar vor eben damage machen äh ja ich sehe es hier halt grad nicht äh krieg den ne ich möchte eigentlich bladimir weiterhin 5 CS den 9 holy shit party auf der bot lane so wichtig ist den cannon zu den 9 am besten die xp auch noch genau xp hat er nicht bekommen und jetzt wir freezen einfach weiter die wave bladimir ist 20 CS hinten den cannon minieren immer vordashen und da haben wir einen kill haha super so der typ hat noch dp by the way vielleicht können wir das game carryen aber mit 70 ping ist schwierig äh können wir mal in die kommentare schreiben ob ihr auch abends immer ping probleme habt weil bei mir ist es momentan fast immer so dass ich 70er ping habe äh am abend ich weiß nicht ob das ähm an meiner stadt liegt oder generell an ähm an league aber gut holen wir uns einfach ein base holen wir uns äh bei peric scepter dann haben wir auch gut sustain obwohl ich bin ich bin am überlegen ich glaube ich hole mir doch boots und longsword und ein pink ward weil ich muss unbedingt ähm also mein ziel ist jetzt eigentlich einen pink ward hier hinzusetzen dass ich halt safe bin von zori roams weil die halt permanent die prio hat und zu mir muhren kann und ich darf halt nicht am warwick sterben weil ich bin halt äh obwohl mein team hat eigentlich einen guten job gemacht aber die zori ist halt mega stark deswegen von der muss ich ein bisschen aufpassen so wir sehen warwick am bot side also sind wir am chillen der vladimir sollte eigentlich keine chance mehr gegen mich haben ich mache viel zu viel damage und flash hat er glaube ich auch noch nicht ich glaube der ah in 20 sekunden denke ich ist er wieder ab der flash so die wave müsst ihr nicht pushen warten wir einfach ab bis sie seine empowered q benutzt so und jetzt können wir einfach vorlaufen ah er macht das gut er spielt gut um seine mini wave rum ah äh ja ich brauch auch nicht mehr Hilfe oh was ey aber mein damage ne also ich bin ich bin der head aber mein damage ist schon stabil gut bladimir hat kein tp mehr das hätten wir eventuell teilen sollen also sobald wir deathstands haben sind wir zusätzlich auch noch tanky wir kriegen ja äh durch unsere e auch noch ähm armor und m eher glaube ich ne nur armor aber ja wir stellen uns direkt an den tower damit wir den maximalen damage machen ach ja der champ macht auf alle fälle spaß das ist nice ok mein team ah Elise will harrod top lane setzen äh der harrod ist ein bisschen zu früh normalerweise möchte man den harrod erst setzen wenn er wenn er wenn er 2 plates hat war es fein ja eine tower kriegen wir nicht obwohl doch 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 den kriegen wir bladimir muss die Elise respektieren ich hab irgendwie so wenig attack speed ich glaub oh du hätt ich gebraucht für die wave ich glaub ich geh nach deathstands entweder Phantomdance oder blade aber ich glaube einfach weil blade neu ist und mehr spaß macht eben einfach blade aber ja um uns erstmal ein reset ah der ward wurde schon geklärt das hab ich nicht gesehen aber ja wir sind übels ahead wir sind 40 CS ahead und haben schon ein ganzes ganzes item jetzt und äh ja jetzt können wir eigentlich um die map laufen weil der vladimir freesed hier die top wave ähm was wir jetzt machen können wir jetzt entweder bottling gängen aber das ist glaub ich grad nicht möglich oh weia ah doch vielleicht kann ich bottling laufen Ah, das sieht gar nicht gut aus. Ah, ah. Oh, weia. Das ist ein Desaster. So, was ich aber machen kann, ist hier die Zoe cheesen. Die hat auch noch einen Shutdown. Ah. Krise. Äh, ja. Die Kompo hätte ich wahrscheinlich besser machen können. Das gewinne ich doch, oder? Okay, da kommt ein TP. Ich bin sehr tanky. Ich weiß nicht, ob der Typ Flash hat. Ich glaube, ich flashe den einfach. Boom. Oh, die Mordi. Da können wir auch noch helfen. Die können wir alle killen, glaube ich. So, ich gehe den Weg außen rum. Ich bin halt übel strong. Double Buff, Death Dance. Hab da alles, was ich brauche. So, Zoe fokussieren. Ja, geil. Geil, 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 geil. Super. Ähm. Können wir eigentlich Dragon machen, oder? Ne, ne. Ich gehe base und hole mal die Top Wave. Äh. Ja. Ich möchte hier die Top Wave nicht verlieren. Das ist eine riesen Wave, die Bladimide gerade aufbaut. Ja. Welche Boots gehen wir? Sollen wir erstmal gar keine Boots gehen? Ich würde halt schon eigentlich Attack Speed Boots gehen. Einfach für die Lulz. Einfach weil Attack Speed süß ist. Aber ja, wir gehen jetzt Richtung Blade, äh, auf The Room King. Haben in 20 Sekunden auch wieder TP. Holt hier in 50. Ja, wir sind super stark, super tanky. Also wirklich cool. Wir haben einfach 30 Armor Magic Assist und, ähm, Bekommen irgendwie 20% weniger Damage. Nehmen, also nehmen den Damage halt, ähm, über Zeit. Also das Item pennt. Ich glaube, ich muss das nicht, äh, muss das nicht so erklären. Aber gut, wir schauen weiterhin, was, ähm, auf der Map so abgeht. Wir werden uns, ähm, nicht mehr auf den Bladimir konzentrieren. Den lassen wir jetzt einfach farmen. Wir nutzen einfach unsere... Okay. Der hätte ich wahrscheinlich TPen sollen. Und das ist mir... Okay, ich TP. Da kommt jetzt aber eine Zoe-Bubble gleich auf eine TP drauf. Okay, mein TP war... war unnötig. Ja, wohl, gleich trollt die Zoe. Gut sie. Das ist chillig. Wenn Tom Slowhuts, können wir dafür gehen? Ja, wunderbar. Die Catwilk kriegen wir auch noch. Ah, oder auch nicht. Ah, weiß nicht, ob das Worth war. Wir können aber schon da eben noch zum Pushrad, die Valve. Mein Lifesteal, Alter. Das ist so funny, Alter. Und dann kommt die Valve. Ja, jetzt kommen wir einfach rauf, oder? Oh, die auch noch. Wenn es tot. Bam. Perfekt. Homo uns Towerplates. Bane, go top. Ja, der Chat macht unglaublich viel Spaß. Äh, auch wenn ich Hyping hab. Hyping hab. Ja, der Hyping ist aber schon ein bisschen problematisch. Ne? Ne? Ah, aber ich glaube, wir kriegen hier den ganzen Tower tatsächlich. Ja, sieht so aus. Komm auch richtig, äh, dann kann man auch, äh, direkt Richtung Blade Room King gehen. Äh, ich glaube nicht, dass ich noch für eine Wave gehe. Nehme einfach basten. Report Vlad, ja. Der Vlad kann aber nix machen. Also, ihr müsst, ihr müsst bedenken in dem Game, Jungs. Warum bin ich jetzt so ahead? Also, warum konnte ich die ganzen Sachen machen, die ich, äh, in dem Game gemacht hab? Einfach nur, weil ich Vladimir Level 1 pushen lassen hab, ne? Weil ich hab gesehen, Elise startet bei unserem Red Buff, jungelt nach oben und kann Level 3 dann für den Gang schauen. Wenn ich die Länge gepusht hätte, wäre Vladimir nie in der Position gewesen, wo er gegankt werden kann. Also schaut einfach mal, zum Beispiel, wenn ihr Elise habt und die Bosse startet, lasst einfach den Gegner-Top-Länder mal pushen. Äh, damit euer Jungler Top-Lang ganken kann. Weil ich hab keine Ahnung, oh mein Gott! Okay. Äh, okay. Äh, das ist jetzt nicht so optimal, dass der Vladimir da die Vayne einfach Bombi-Mont. Obwohl, der Vladimir halt schon ziemlich just ist. Ah! Was macht der Warwick da oben? Hat grad so ausgesinnt, als ob der runter rennt. Okay, da... Ah! Ich hoffe, mein Team macht das. Ich laufe ja jetzt hier Bottlin einfach vor. Super, super, super. Also es können nur Caitlyn und Jenna hier sein, gerade eben. Ah, die sind, äh, die sind in Mitte jetzt. Ich könnte vielleicht entweder für den Gena-Jungle gucken, also hier für den Blue-Buff-Grom von Wölfe. Oder halt für den Tower, aber ich glaube, ich geh für den Jungle. Weil die, ähm... Weil Caitlyn und Jenna kommen jetzt hier Richtung Bot-Lane und wollen sich den Farm schnappen. Okay, aber für den Blue-Buff kann ich glaube ich nicht gehen, oder? Ich packe mal hier einen Pink rein. Ah, fuck. Aber ich hab, ich hab mehr Burst-Damage als die beiden. Oh! Oh mein Gott! Äh... Äh, ist da jemand? Ah, das ist ein Warwick. Okay, ich lass den, den Blue-Buff-Grom, komm. Nimm den einfach. Äh... Äh, ja. Das macht Spaß. Die wurde fast gewohn-shotet. Ich hätte, ähm... Den Cutlass benutzen sollen. Eigentlich bin ich Blade, äh... Basin für Blade. Also wenn ich den Cutlass benutze, dann ist die Zoe insentot, glaube ich. Uiuiui. Was ein witziges Game. Übrigens, das, äh, also der Account, äh, ist, äh, Platin. Also Low Platin, aber MMR ist so bei Diamond 4, Diamond 3 ungefähr. Also ist jetzt nicht über Low Elo. Klar, ich hab, ich hab einen Vorteil, weil ich halt ein Spieler aus einer höheren Elo bin. Aber wenn man halt sowas ausprobiert wie Graves Toplane oder so, also ich first time das legit gerade eben. Dafür muss ich einfach auf einen, äh, niedrigen Account gehen. Okay, der Blade mir, der hat, der hat Bock. Oh, okay. Ich dachte, der kommt noch, aber nee, tu da nicht. Ups. Ah, bin mir unsicher. Oh. Äh, das, 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 das können wir fighten, oder, Jungs? Oh, äh, 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 Joke? Oh. Ah, okay. Äh, 1 gegen 4 können wir nicht machen. Äh, beziehungsweise 2 gegen 4. Äh, ja. Aber ja, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob das, äh, bei euch auch so ist. Also auf Twitter hab ich sehr viel gelesen, dass es, äh, andere Leute auch haben. Also, Hyping am Abend. Aber es liegt auch daran, einfach, dass die momentane Situation in den ganzen Ländern halt, äh, nicht so toll ist. Dass die Leute halt alle zu Hause bleiben müssen. Und dadurch halt sehr viele Leute Gaming, also zocken, ist halt, äh, eigentlich, also, klar, ist super scheiße, aber es ist gut für, für die Gaming-Community, weil wir dadurch halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, vielleicht bauen wir das Game-Rat, wenn der Warbit jetzt rüberflasht. Okay. Super. Oh mein Gott, Mann. Ich komm auch gar nicht klar mit... Oh mein Gott, okay. Äh, 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 äh. So, äh, okay. Ich komm auch gar nicht klar mit den, mit den Outer-Tags. Die sind zwei Ammo-Outer-Tags. Ja, das war, glaub ich, keine gute Idee, da einfach random zu siege'n. Das Problem, das ich mit meinem Champion halt hab, auch, ist, dass ich zwar ein Range-Champion bin, aber halt nicht viel Range hab. Na gut, wollen wir uns den Dragon und... fighten hier, oder? Äh, 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 Jungs, Jungs, ich werde einfach verkauft, oder was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! What? Die haben einfach alle gefillt. Konnte nichts machen. Das gewinne ich doch, oder? Mein Champ ist broken, hab ich gehört. Oh! Boah! Boah! Äh, ja, das macht Spaß. Da gehen wir auf... Ah, okay. Ja, aber mit dem Build bin... Ich bin halt kein First-Champion, sondern, äh... Ich bin halt sehr schwer, in einem Fight zu killen für die Gegner, wenn sie halt direkt auf mir sind. Also, ich kann nicht so spielen, wie als ob ich Lethalty Grace spielen. Komm, lass mich in Ruhe, Jungs, please. Oh mein Gott, okay. Da hab ich, äh... Oh mein Gott! No, 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 no! Oh, Mann! Dann bin ich gestorben für mein Team. Aber ja, holen wir uns... Oh! Weiß nicht, ob der Fight gut aussieht. Vielleicht kann Vayne hier ein bisschen was machen, oder? Ja, das sieht gut aus. Der Blood hat, glaube ich, noch keine Ulti. Okay, good job, Team. Nice. Schön gemacht. Wir holen uns jetzt Blutdürste. Wir brauchen noch 90 Volt. Die warten wir, glaube ich, einfach in der Base. Und sobald wir die Blutdürste haben, heilen wir so viel mit Outer-Tax. Das ist wirklich crazy. So, jetzt hab ich Bock zu fighten. Ich ping mal mein Team, dass sie mir helfen sollen. Ah, das Problem ist halt, dass Catelyn und Jenner halt nicht ziemlich hart outrangen. Wenn die halt nicht in Melee-Range von mir sind, dann kann ich die nicht machen. Auch Zoe. Die haben eigentlich ziemlich viele Champs, die gut gegen mich sind. Aber ich bin, glaube ich, jetzt einfach... Also, ich bin, glaube ich, tanky genug. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, für... ...mit Ulti einfach zu pro... Ich glaube nicht. Oh, war's Fight. Okay, da wurde jemand One-Shotted. Äh, da wollte ich jetzt eigentlich nicht reindaschen. Aber ich glaube, die kann mich nicht killen. Ich glaube, das ist ein Free Fight. Okay, Bladmi ist ausgeflasht. Alles klar. Ja, ich stehe halt F2-13, ne? Ich bin ein bisschen tanky. Ein bisschen defeated. Na gut. Einer's great-shitted, die Gegner's so gern waren. Na gut, Jungs. Dank für's Zuschauen. Es kommen wieder mehr Videos, wie man sprechst und auf Streams. Und, äh, ja. Wir sehen uns die Tage. Man sieht sich. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.